Was ist das Problem oder Lösung? Das hat jetzt nicht direkt mit Ebay zu tun. Vielleicht auch so aktuelle Meldungen, wie ich gelesen habe. Auch neue Akteure, Ebay, Amazon, die kennen alle mittlerweile. Viele kennen auch noch Quelle oder Karstadt. Aber da gibt es einen fundamentalen Wandel. Auch wieder eine aktuelle Meldung. Alibaba, wer kannte ihn vorher, den großen Online-Händler? Die gibt es schon lange. Die waren noch bei uns nicht auf dem Fokus. Aktuelle Meldungen. Alibaba an so einem Sonderverkaufstag mit Rabatten setzen sie mittlerweile an einem Tag so viel um, wie die Warenhauskette Karstadt. Das Dreifache, was die Warenhauskette Karstadt im Jahr umsetzt, setzt Alibaba an einem Tag um. Zumindest bei besonderen Verkaufsaktionen. Es soll einfach nur als eine Zahl mal zeigen, was E-Commerce mittlerweile ist. Versandhandel ist jetzt schon ein längeres Geschäft, aber praktisch, dass man nicht nur im Katalog bestellt, sondern elektronisch und vielleicht auch ganz andere Anforderungen an Geschwindigkeit und so weiter hat. Das sind bestimmt Neuerungen und da gibt es eine dynamische Entwicklung. Und dazu und auch die Frage, was bedeutet das für weitere Herausforderungen, was sind das für weitere Herausforderungen für die Logistik, aber auch, wie kann man das eigentlich klimaverträglich gestalten und wie ist eigentlich die heutige Situation, was die Umweltwirkung ausgeht, angeht. Das möchten wir heute mit Ihnen zusammen diskutieren. Wir haben davor drei Inputs, die erstmal ins Thema einführen sollen und vielleicht so bestimmte Perspektiven und Probleme aufzeigen sollen. Wir werden im ersten Vortrag hören, wie sieht es eigentlich aus im Klimavergleich, sprich CO2-Vergleich von dem E-Commerce zum stationären Handel, was ja jetzt eigentlich die konkurrierenden Systeme sind. Da sind es auch die ergänzenden Systeme, wie wir dann in einem zweiten Vortrag hören werden von Globetrotter, nämlich ein Anbieter, der sowohl im stationären als auch im E-Commerce-Geschäft tätig ist. Und in einem dritten Workshop werden wir aus der Sicht eines Logistikers, nämlich der Hermes-Logistik, hören, was eigentlich die neuen Anforderungen an die Logistik sind, welche Herausforderungen das gibt. Und in Personen sind das Herr Motscheif, das Öko-Institut, der jetzt gleich die Einführung machen wird, der genauso wie ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Öko-Institut ist, im Themenfeld Verkehr arbeitet und sich dort eben mit den verschiedenen Fragen zur Emissionsbilanzierung, Klimabilanzen für Unternehmen auseinandersetzt. Und damit auch mit der Frage, ja, die Emissionsbilanz im Einzelhandel, in der Logistik. Wir haben dann den zweiten Vortrag von Herrn Nenza, der Leiter der Unternehmenskommunikation und CSR bei Globetrotter ist und eben dann die Perspektive eines Händlers, der eben in beiden Feldern aktiv ist, mitteilen wird und auch, was neue Kundenanforderungen sind. Und von Hermes dann Herrn Hinz, der Teamleiter Nachhaltigkeitsmanagement bei der Hermes-Logistikgruppe ist. Dann würde ich das Wort erstmal an Herrn Motschal übergeben, der uns jetzt eine Einführung gibt, hinsichtlich der Frage, wie sieht die Umweltbilanz der beiden konkurrierenden Systeme E-Commerce und stationärer Handel aus? Danke Florian, ich mache mal kurz. Also Hintergrund, warum wir das Ganze betrachtet haben, es liegt auch darin, dass diese Frage in den letzten Jahren immer häufiger an uns getragen wurde. Vor Weihnachten ist es immer wieder so eine Welle, dann hat man ständig irgendwelche Medien am Telefon, die wissen wollen, tue ich was fürs Klima, wenn ich jetzt ein Ladengeschäft kaufe oder sollte ich aus Klimaschutzgründen bei Amazon kaufen? Und ich sage immer so, oder wenn man auch auf die Amazon Homepage guckt, da steht dort, Onlinehandel ist grundsätzlich umweltfreundlicher als der Einkauf im Ladengeschäft. Und immer wenn diese Frage an mich herangetragen wird, kann ich einfach nur sagen, es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Wir haben jetzt hier trotzdem mal so ein paar Berechnungen durchgeführt, um einfach zu schauen, für so konkrete Fälle, wie kann das eigentlich ausschauen? Und der erste Schritt ist eigentlich, dass man mal guckt, wo sind eigentlich die Einflussfaktoren auf CO2-Emissionen von so einem Einkauf? Also sowohl im Ladengeschäft als auch online gibt es da verschiedene Einflussfaktoren und das ist deswegen wichtig, auch wenn wir nachher über Maßnahmen oder Optionen zur Minderung der CO2-Emissionen sprechen, sind das quasi die Anknüpppunkte. Also an diesen Einflussfaktoren kann man dann ansetzen. Also für die Logistik ist es sicherlich einmal die Transportentfernung, also beispielsweise wo liegen meine Umstellzentren, also wie ist meine Kundenstruktur aufgebaut? Letztlich, wie ist die Auslastung der Fahrzeuge, also wie viele Kilometer fahre ich vielleicht pro ausgelieferte Sendung und auch was für Fahrzeuge setze ich eigentlich ein? Wie effizient sind die? Was für Antriebskonzepte stehen dahinter? Sind es konventionelle Dieselfahrzeuge oder vielleicht batterieelektrische Fahrzeuge, Erdgasfahrzeuge, wo die CO2-Emissionen dann nochmal anders ausschauen können? Daneben auch die stationären Prozesse, sowohl in der Logistik als auch im Ladengeschäft, also Stromverbrauch, Fernverbrauch für Geräte, für Heizungen und so weiter. Die spielen sicherlich auch eine Rolle, heute vielleicht nicht im Fokus, weil wir uns heute hier um den Verkehr drehen. Der Händler hat auch eigentlich einen Einflussfaktor im Bereich des Händlers, kann man sagen, sind einmal die Kundeninformationen, also wie gut werden eigentlich Kunden informiert über die Konsequenzen ihres Handelns oder welche Versandoptionen werden überhaupt angeboten? Also es ist die Standardsendung oder es ist vielleicht eine Express-Sendung, wo die Fahrzeuge in der Zustellung vielleicht weniger gut ausgelastet sind und damit ein Mehr an CO2-Emissionen verbunden sind. Letztlich auch ein Punkt, die Verpackung, also wie viel Luft verschicke ich mit, kann einen Einfluss haben auf die Treibhausgasemissionen. Also man kennt es, den großen Otto-Katalog, das ist natürlich auch noch Werbung, wenn ich ihn hochgetragen bekommen habe früher. Die Nachbarn schauen, genau, da ist auch die Frage, wird meine Sendung gebündelt verschickt, also vielleicht mehrere Produkte in einem Paket oder kommt man vielleicht auch zwei Pakete nach Hause geliefert, dann hat man noch ein Mehr an Emissionen vielleicht. Und letztlich ist sehr groß eben der Einfluss vom Verbraucher, nämlich die Frage, erstmal welche, was für eine Art der Sendung bestelle ich? Also nehme ich die Express-Sendung in Anspruch oder Overnight-Delivery oder ähnliches? Oder ist es auch ein Standardpaket, mit dem ich mich zufrieden gebe? Dann eine wichtige Frage auch beim Einkauf im Ladengeschäft, wie komme ich eigentlich zum Laden und wie weit fahre ich oder wie weit bin ich bereit zu fahren? Nutze ich einen Pkw, nutze ich einen Bus? Das sind alles so Einflussfaktoren, wo man sagt, da könnte der Verbraucher ansetzen, um die Emissionen zu reduzieren. Und letztlich auch die Frage, wie viele Produkte kaufe ich eigentlich bei so einem Einkauf? Also auf wie viele Produkte verteilen sich diese CO2-Emissionen und koppel ich vielleicht Wege? Also ich habe die Möglichkeit, an einem Samstag beispielsweise online einkaufen zu gehen in die Innenstadt und dort mit dem Auto hinzufahren oder ich fahre auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Das sind alles so Einflussfaktoren, die so ein bisschen auch dann eine Wirkung auf die Unsicherheit haben. Hier haben wir das mal dargestellt an einem konkreten Beispiel. Ich kaufe in der Großstadt Berlin mir ein paar Turnschuhe und mache das erstmal einmal bei einem Online-Händler. Und da haben wir eben transportbedingte Emissionen für den Vorlauf, Hauptlauf, also quasi LKW-Transporte, die lange Strecke ist der Hauptlauf, dann die Lieferung zur Zustellzentrum, dann die stationären Prozesse auch, also für Umschlag. Da ist auch wieder Wärme und Strom, was da eine Rolle spielt und letztendlich auch die letzte Meile, also das, was wir alles kennen, die DHL-Fahrzeuge, die Hermes-Fahrzeuge in der Stadt, die in der zweiten Stuhl manchmal auch stehen. Das ist mit diesen blauen Balken dort gemeint und dann der Verkauf. Das heißt, an der Stelle haben wir einfach mal geschaut, was ist so an CO2-Emissionen mit der Zeit vom Rechner verbunden, mit den Servern und so weiter. Und insgesamt kommen wir auf 450 Gramm auf so eine Sendung. Das ist jetzt viel oder nicht, das werden wir gleich sehen. Hier ist mal der stationäre Handel gegenübergestellt. Achtung, hier haben wir auf der rechten Achse eben eine andere Skalierung. Auch wieder Kilogramm Treibhausgasemissionen eben pro dieses Paar Turnschuhe. Und auch hier haben wir wieder Transportprozesse, Umschlag und so weiter. Und jetzt aber von wesentlicher Bedeutung bei dem stationären Handel ist die Frage, wie komme ich eigentlich zum Ladengeschäft. Und hier haben wir mal eine durchschnittliche Einkaufsfahrt von fünf Kilometern unterstellt. Das ist ein Wert, der auch tatsächlich so sehr häufig vorzufinden ist. Also vielleicht ist es eher noch ein unterdurchschnittlicher Wert. Und da kommen wir auf gut zwei Kilogramm CO2-Emissionen nur durch die PKW-Fahrt zu einem Ladengeschäft und zurück. Dazu kommen noch Emissionen, Energieverbräuche in den Laden. Die Waren werden sehr gut ausgeleuchtet. Es gibt Heizung, Klimatisierung, Belüftung. Da kommen auch mal erhebliche Stromverbräuche und Wärmeverbräuche zustande, die noch mal insgesamt mit rund einem Kilo zu Buche schlagen. Das heißt, wir kommen hier bei diesem sehr einfachen Vergleich auf die sechsfachen Emissionen ungefähr. Es ist die Frage, kann man diesen Vergleich eigentlich so anstellen? Deswegen gehe ich weiter auf die nächste Folie. Und es ist hier wieder, es sind die gleichen Werte einfach mal dargestellt. Jetzt ist der kleine Balken, unten sind diese 450 Gramm, die ich gerade hatte. Also ich kaufe online, ein Paket kommt zu mir und ich habe 450 Gramm Emissionen auf der rechten Seite jetzt im stationären Handel. Wie schaut es da aus? Das waren diese 3,3 Kilo. Ich fahre mit dem PKW 5 Kilometer und zurück und kaufe ein Paar Schuhe. Nun ist es so, dass ich nicht in der Stadt bin ich immer noch, ich bin in der Stadt, dass ich nicht gezogen bin, PKW zu nutzen. Ich kann mit dem Fahrrad fahren. Ich fahre mit dem Fahrrad, klima-CO2-frei quasi zum Ladengeschäft, zu was für die Umwelt. Und trotzdem komme ich mit diesen Annahmen und Berechnungsgrundlagen, die wir da veranschlagen, auf die Mission. Die sind ja doppelt so hoch wie die beim Online-Versand. Kann man sagen, auf der anderen Seite, gut, ein Merkmal vom Online-Shopping ist eigentlich, sind die sehr hohen Returnquoten. Also man weiß, bei Kleidung, Schuhe, hatte ich gesagt, kaufe ich gerade ein. Das sind sehr hohe Quoten, 50 Prozent sind da manchmal im Raum. Wenn man da so kämpft, schuhe vielleicht sogar noch höher. Hoffentlich werden Auswahlbestellungen getätigt. Das mache ich auch. Ich hole mir jetzt zwei Paar Schuhe in zwei verschiedenen Größen und schicke eins zurück, was nicht passt. Dann habe ich eben höhere Emissionen, wenn wir hier kommen, auf knapp 800 Gramm. Oder ich gehe vielleicht ins Ladengeschäft vorher und probiere die an. Da brauche ich sie nicht zurückschicken. Habe aber vielleicht die Einkaufspfad, kaufe die Schuhe dann im Internet, weil sie fünf Euro billiger sind. Und dann, wenn man sozusagen das mit einem zieht, kann es ja sein, dann komme ich auf Emissionen, die wir deutlich darüber legen. Also ich will nur aufzeigen, es gibt sehr viele Einflussfaktoren. Das war jetzt die ganze Zeit der Fokus auf die Stadt. Wie schaut es eigentlich aus, wenn ich auf dem Land lebe? Da müssen die Logistiker, da gibt es ungeliebte Strecken. Wir haben das Extrembeispiel veranschlagt. Ich fahre bei so einer Tour 250 Kilometer in der Zustellung und habe bloß 100 Pakete. Das heißt, pro Sendung muss der Fahrer da 2,5 Kilometer fahren. Was bedeutet das für die Emissionen? Das ist mal jetzt in Fall 4 auf der linken Seite dargestellt, in der ländlichen Gemeinde. Dann liegen meine Emissionen auf einmal beim Kilo. Also doppelt so hoch wie in der Stadt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch als Verbraucher, wenn ich auf dem Land lebe, viel längere Wege zum Geschäft. Wenn ich dort ein Fahrzeug nehme, dann ist es nicht die durchschnittliche Wegelänge bei ländlichen Gemeinden für so eine Einkaufsfahrt. Bei 12 Kilometer, wenn ich da hin und zurück fahre, sind das 24 Kilometer. Dann kommen wir auf Emissionen, da liegen wir bei über 6 Kilo. Nur kaufe ich meistens dann nicht ein Paar Schuhe nur. Und wenn ich schon 12 Kilometer fahre und zurück, kaufe ich vielleicht mehr. Oder ich nehme auch einen Linienbus. Das ist mal jetzt in dem letzten Fallbeispiel dargestellt. Also hier ist der Bus, wird genutzt und ich kaufe vier Produkte. Und trotzdem sind die Emissionen erstmal noch höher als beim E-Commerce. So, kann man sagen, das ist erstmal ziemlich offensichtlich. Also wir haben grundsätzlich eher mehr Emissionen beim Ladengeschäft als beim E-Commerce. Nun, wenn man sich mit einem Mobilitätsforscher unterhält, dann fällt dann ganz schnell der Begriff konstantes Mobilitätszeitbudget. Also zu sagen, wenn ich durch E-Commerce Zeit einspare, durch Online-Shopping, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich diese Zeit für andere Verkehre wieder in Anspruch nehme. Und das habe ich mal jetzt im letzten Fall einfach mal dargestellt. Was ist eigentlich, wenn ich mit dieser Stunde, die ich jetzt gespart habe durch E-Commerce, da muss ich nicht fahren, da besuche ich meine Oma oder gebe einem Freund einen Kaffee trinken in der Stadt. Das haben wir hier. Ich will einfach nur zeigen, es gibt sehr viele Einflussfaktoren, also eine ganz pauschale Aussage zu treffen ist schwierig und das ist auch schon sozusagen mein Fazit. Also die Unsicherheiten sind sehr groß, weil ich das auch gar nicht so sinnvoll zum Vergleich zu machen, sondern eher zu gucken, wie können wir beide Formen des Handels sozusagen verbessern. Und das ist vielleicht dann auch für die Diskussion nachher. Also zu sagen, E-Commerce ist eine Klimaschutzmaßnahme, das fällt mir schwer, weil einfach wir wissen nicht, was machen die Verbraucher mit dieser freigewordenen Zeit. Nutzen sie sie für verkehrliche Zwecke, dann haben wir quasi nichts gewonnen. Auf der anderen Seite kann man sagen, Unsicherheiten sind in sich der Warenschau zu sehen, also der Wegeketten oder Beratungsliebstahl, wie man auch manchmal nennt. Und die Retouren haben eben auch einen großen Einfluss. Was kann man machen, um die Retouren zu reduzieren? Was für mich nochmal interessant war, war zu sehen, wie hoch es eigentlich sind die Emissionen im stationären Handel pro Produkt. Also das ist tatsächlich was, wenn man so schaut nach draußen, dann wird häufig ein Vergleich angestellt zwischen den versandbedingten Emissionen und den Emissionen durch die Einkaufsfahrt. Und das ist eigentlich nicht zulässig, wie wir gesehen haben. Einfach die Emissionen, die im Ladengeschäft entstehen, sind einfach nicht unerheblich. Dann hat sich gezeigt, einmal wie schaut es aus in der Stadt und einmal wie schaut es in den ländlichen Gemeinden aus. Das hat auch den Hintergrund, dass vielleicht zukünftig in den beiden verschiedenen Regionen ganz unterschiedliche Aspekte eine große Rolle spielen können. Während wir in der Stadt sind, da brauchen wir vielleicht, ja, haben wir viel Lärm und Luftschadstoffemissionen, wo es wichtig ist, die zu reduzieren. Und auf dem Land kann vielleicht auch die Möglichkeit, Produkte zu bekommen, sag ich mal, einfach das Leben dort erleichtern. Oder wenn ich im Alter bin, ja, im demografischen Wandel, den siedlungsstrukturellen Wandel, wenn ich im Alter bin und Produkte dann vielleicht online beziehen kann, brauche ich vielleicht gar kein Auto mehr. Also wenn, das sind nur so ein paar Gedanken. Und letztlich haben wir immer nur jetzt hier den Fokus wieder, Treibhausgasemissionen und, ja, in so einer nachhaltigen Betrachtung gibt es ja einige mehr Aspekte, die man auch mit einbeziehen sollte. Umweltschadstoff, hatte ich gesagt, aber auch, ja, soziale Kontakte und so weiter spielen natürlich eine Rolle. Und die im Ladengeschäft hat man natürlich dann, ist es nochmal was anderes, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. So viel nur sozusagen als letzte Worte. Das war es auch schon von mir, also als Einblick, wie so die Missionen ausschauen können. Und dann würde ich, ja, weitergeben an Herrn Hacker. Ja, bevor wir genau, erstmal vielen Dank. Lass uns vor Augen. Genau, wir hatten ja das Format, möglichst kurze Inputs. Wir wollen noch lange, nachher lange mit Ihnen wirklich diskutieren, alle zusammen. Und nicht nur, dass wir hier so eine Frontalveranstaltung machen. Deswegen würde ich jetzt sagen, auch wenn da bestimmt viele Dinge nochmal hinterfragt werden, das ist ein erster knapper Überblick über die Situation, gibt es von Ihnen erstmal nur inhaltliche Rückfragen. Wir können auch nachher nochmal auf die Folien springen, weil das viele Zahlen waren. Aber jetzt erstmal nur, gibt es da Klärungsbedarf? Gut, weil dann würden wir erstmal den zweiten Vortrag hören. Und zwar jetzt die Perspektive eines Händlers, eines Multi-Channel-Händlers, der so beide Ebenen und beide Herausforderungen vielleicht in den beiden Vermarktungsmöglichkeiten kennt und uns mal erzählt, was sich da eigentlich gerade tut und was auch der Kunde eigentlich will oder was die Kunden, die verschiedenen Kunden für Ansprüche haben. Also Herr Nenzer, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hacker, für die Überleitung. Was ich vorstellen werde, wird jetzt weniger zahlenlastig sein. Ich hatte im Vorwege mit Herrn Motschal auch gesprochen, was ein sinnvoller Input für den Workshop sein könnte. Und es wurde gerade ja auch schon angesprochen, dass eben im Grunde genommen diese Gegenüberstellung, stationärer Handel versus E-Commerce, da war es mir einfach ganz wichtig, mal so Tendenzen aufzuzeigen. Insofern gleich mal ein paar Praxisbeispiele zu zeigen, weil letztendlich, so meine Einschätzung, geht es vielmehr in Zukunft um die Verknüpfung beider Welten. Vorab ein paar Worte zu Globetrotter Ausrüstung. Wahrscheinlich ist Globetrotter Ihnen bekannt, aber hier nochmal ein paar Zahlen im Überblick. Wir sind ein führendes Handelsunternehmen für Outdoor- und Reiseausrüstung. Gründung war im Jahr 1979 in Hamburg und aktuell liegen wir bei 1400 Mitarbeitern aus 60 verschiedenen Nationen mit deutschlandweit 13 Filialen. Und wir vertreiben mehr als 35.000 Artikel von über 1000 Marken. Hier mal beschrieben unser Ansatz zum Klimaschutz. Wir haben im Jahr 2012 mit dem Öko-Institut eine Klimabilanz erstellt, nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll und den entsprechenden ISO-Normen, die da existieren. Wir haben uns alle drei Scopes angeguckt, das heißt nicht nur die direkten Emissionen, sondern auch alle indirekten Emissionen und haben aufbauend auf diese Analyse unsere Klimastrategie da mal formuliert. Und diese lässt sich letztendlich in diese vier Teilbereiche untergliedern. An erster Stelle immer das Vermeiden und Reduzieren von Treibhausgasemissionen. Dann die Kompensation und ein ganz wichtiger Aspekt natürlich auch das Engagieren, haben wir es jetzt mal genannt, also die Sensibilisierung von Kunden, aber auch eben der Gesellschaft allgemein. Hier habe ich jetzt mal so ausgewählte Maßnahmen dargestellt. Ich würde da jetzt nicht spezifisch drauf eingehen, weil sonst sprengt das ein bisschen den Rahmen, dann sind wir irgendwie bei einer halben Stunde. Aber wenn da noch Rückfragen sind, dann kann ich da gerne auch im Nachgang noch darüber erzählen. Das sind erstmal die grundsätzlichen Vertriebswege, die wir haben. Wir haben den Stationärhandel mit 13 Filialen wie angesprochen und die Belieferungen durch die Zentrale in Hamburg. Dort gehen ca. 20.000 Artikel pro Tag an die Filialen. Wir haben da drei LKWs im Einsatz, der Euroklasse 4 bis 6. Und täglich gehen drei LKW-Rundläufe und im besten Fall haben wir da bis zu acht Filialen abgedeckt pro Tag. München, Stuttgart und Frankfurt beliefern wir auch mit der Deutschen Bahn. Das Ziel wäre natürlich, das noch stärker auch auf die Bahn zu bekommen. Das ist aber nicht immer möglich. Manchmal sind die Wege einfach nicht vorhanden. Oder wir haben im Grunde genommen mit den LKWs einen Rundlauf und eine optimale Auslastung, dass es da einfach gar nicht sinnvoll wäre, das jetzt auf die Schiene zu verlegen. Stichwort Retourenquote. In der Filiale haben wir die Möglichkeit zu beraten. Die Kunden können das Produkt anfassen, können es ausprobieren, können sich bei uns in die Kältekammer stellen, in die Windkammer, können es direkt ausprobieren. Und da liegen wir, was die Retourenquote geht, im einstelligen Bereich. Ganz im Gegensatz zum Distanzhandel, wo wir im deutlich zweistelligen Bereich liegen. Das unterscheidet sich auch natürlich, in welchem Sortimentsbereich man sich da bewegt. Aber gerade auch im Modebereich, Sie kennen alle die Zahlen, liegen die Retourenquote noch deutlich drüber, als wir sie bei uns erleben. Ein paar Worte noch zum Distanzhandel, das unterteilt sich bei uns natürlich über den klassischen Online-Shop, aber auch die Mobile-Medien, also sprich über Apps und eben über Tablets und das klassische Handbuch. Wir nennen es Handbuch, das ist unser Globetrotter-Katalog, der viermal im Jahr rauskommt. Letztendlich haben Sie die Möglichkeit zu bestellen, Sie können auch einen Fax schicken, Sie können anrufen, alle Möglichkeiten eben zu bestellen. Die Versanddienstleister, die wir da im Einsatz haben, ist eben Hermes und auch DHL. Jedes Jahr berechnen wir die CO2-Emissionen. Im vorletzten Jahr lagen wir bei 562 Gramm CO2-Äquivalente. Das heißt, wir haben uns auch nicht nur CO2 angeguckt, sondern eben alle weiteren Treibhausgasemissionen, die da mit reinspielen, pro Paket. Da haben wir eine Reduzierung von minus 7,55 Prozent zum Vorjahr. Das ist auf jeden Fall dem Engagement der Dienstleister geschuldet, ganz klar. Seit 2011 haben wir uns überlegt, wie können wir eigentlich diese Emissionen, die da noch entstehen, ausgleichen. Wir haben ein Aufforstungsprojekt in Costa Rica, ist nach dem FSC und ist auch eins der ersten Wiederaufforstungsprojekte, das zertifiziert ist nach dem Goldstandard und versuchen da zumindest dem Kunden an dieser Stelle zu sensibilisieren, darüber zu erzählen, es gibt da Emissionen, wir machen an der Stelle was, aber du kannst natürlich auch, Stichwort auch wieder Retourenquote, kannst du auch was bewirken. Das sind so aktuelle Entwicklungen, die ich im Bereich Versand und Einzelhandel sehe. Wir haben es zu tun mit immer zunehmenden Kundenansprüchen. Also es wird ja oft die Diskussion geführt, ja ist jetzt Versandkostenfreiheit oder die punktgenaue Lieferung das Entscheidende? Ich bin der Überzeugung, der Konsument möchte gerne alles haben. Am besten schnell und bequem, auf den Punkt, von der Couch aus bestellen, das Ganze versandkostenfrei und am besten natürlich noch umweltschonend und klimaneutral. Ein weiterer Baustein ist ganz klar die Optimierung der Logistikprozente, dass wir einfach zusehen, dass wir in unserem Zentrallager effiziente Abwicklung haben und ein Thema für die Zukunft sicherlich auch nochmal der dezentrale Versand über die Filialen, sprich die Synchronisation von Legern und Beständen, dass am Ende eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, wo liegt das Produkt eigentlich? Ob es nun in der Filiale liegt, im Lager, das wird eben, kann von überall letztendlich versendet werden. Der dritte Punkt, Thema Multi-Channel-Retail, wir versuchen natürlich alle Kanäle miteinander zu verbinden und das geht eben genau in die Richtung, nicht stationär versus E-Commerce, sondern es geht letztendlich um die Verknüpfung und das sind so die aktuellen Tendenzen und da habe ich mal vier Beispiele mitgebracht, die das so ein bisschen zeigen. Hier einmal das Thema Return to Retail, das heißt ganz simpel, ich bestelle online, bekomme das Produkt, es entspricht nicht meinen Anforderungen und ich gebe es in der Filiale wieder ab. Same Day Delivery, das haben wir jetzt aktuell in Hamburg und in Stuttgart im Einsatz, sind da gerade noch so in der ersten Testphase, heißt letztendlich tagesgleiche Lieferung eines Wunschartikels, der in einer Filiale vorhanden ist. Also man stellt sich vor, möchte am nächsten Tag an Urlaub reisen, ist noch mit dem Packen beschäftigt, und man fällt an, ach das brauche ich jetzt noch, dort die Möglichkeit ist eben online zu bestellen oder auch indem man anruft und es wird dann bis 21 Uhr noch geliefert. Das gleiche gilt, ist natürlich auch möglich, wenn man schon in der Filiale ist, man hat viel eingekauft und sagt, könnte ich mir das bitte nach Hause liefern. Also es spielt auch da in dieses Thema Same Day Delivery rein. Click & Collect ist ein weiterer Service, den wir jetzt auch gerade in unserer neuen Filiale in Stuttgart testen. Heißt letztendlich, Wunschartikel online oder telefonisch bestellen und Versand kostenfrei in einer Globetrotter-Fiale entgegennehmen. Sie haben online die Möglichkeit zu sehen, wie sind die Filialbestände und wenn Sie sich für ein bestimmtes Produkt interessieren und sagen, so, wir sind jetzt hier in Berlin mal angenommen, das ist jetzt gar nicht in der Berliner Filiale vorhanden, aber vielleicht in München können Sie per Klick sich dieses Produkt direkt in die Filiale liefern lassen, um es dort sich beraten zu lassen, es dort zu testen und zu entscheiden, ob Sie es mitnehmen oder in der Filiale lassen. Ich hatte es angesprochen, die erhöhte Retourenquote im E-Commerce, im Versand, da ist natürlich die Überlegung, wie kriegen wir das im Grunde genommen reduziert. Und wir haben im stationären Bereich eine viel geringere Retourenquote. Und das liegt vor allen Dingen an der Beratung und dass man die Sachen anfassen kann. Da ist natürlich seitens des E-Commerce, die stark überlegen, wie kriegen wir im Grunde genommen diese Beratung und diesen Service in die Online-Welt übertragen. Zum Beispiel hier durch Beratungsvideos, dass eben aktuelle Produkte auch vorgestellt werden, um einfach sozusagen die Unsicherheit in der Auswahl, wir kennen es selber, da werden vier, fünf Produkte bestellt in verschiedenen Größen, naja und eins wird passen und vier schicke ich zurück. Und das einfach ein bisschen einzudämmen. An der Stelle ganz klassisch natürlich auch Größentabellen. Die Kollegen vom E-Commerce sind da auch an innovativen, neuen Ideen schon dran, aber da tut sich in dem Bereich also eine ganze Menge auch. Ich habe hier nochmal ein paar Thesen aufgestellt, auch für die Diskussion dann im Anschluss. Ein klimaneutrales Wirtschaften ist aktuell nicht möglich. Globetrotter als Versand- und Einzelhändler produziert zwangsläufig CO2-Emissionen. Globetrotter stellt sich als Multichannel-Unternehmen die Frage, wie die Umweltauswirkungen aller Vertriebswege vermieden und reduziert und auch als letzten Schritt kompensiert werden können. Relevante Stellschrauben, die wir sehen, sind neben dem Transport- und Logistikeffizienz die Reduzierung der Retourenquote durch Beratung sowie die Bewusstseinsbildung bei Konsumenten. Und unterm Strich, Herr Motschal, Sie hatten das in Ihrer Präsentation eben abschließend auch, es gibt keine einfache Lösung, es spielen so viele Komponenten mit rein, es ist eben nicht nur das Thema CO2, Klimaschutz, sondern auch soziale Faktoren, andere Umweltfaktoren, die da mit rein spielen und die müssen sich einzeln angeguckt werden um letztendlich unterm Strich da eine ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich würde da nochmal die gleiche Frage stellen. Gibt es jetzt inhaltlich? Gleich mal Rückfragen. Ja, bitte. Moment, ich würde nur sagen, wir gehen immer mit dem, für alle, die uns über den Livestream folgen, das macht es einfacher. Genau. Ja, Jakobs von der Deutschen Luft. Also ich habe nur eine kurze Frage in Richtung Retourenquote. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, die Möglichkeit, auch bei den Retouren sozusagen die Versandkosten sich zu erstatten zu lassen von demjenigen, der die zurückschickt. Das ist ja, glaube ich, jetzt gesetzlich oder so reguliert worden oder das nützt nur bisher keiner. Ich weiß nicht, nützen Sie das? Das hat man in der Praxis noch nicht so angekommen. Hat also aktuell noch keine wirkliche Ausbildung. Nee, aber fordern Sie da Retourenquote, also bei den Retourenversandkosten ein von dem? Okay. Achso. Wir brauchen das zweite Mikro. Weil das wäre ja eigentlich eine Option, die Retourenquote deutlich zu senken. Ich glaube, wenn der Versandkostenrückerstattung nicht gegeben ist, dann würde man automatisch, glaube ich, weniger zurückschicken. Absolut. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber wir müssen uns natürlich da auch an dem Marktumfeld einfach orientieren. Und also ich stimme Ihnen absolut zu. Es gibt viele Möglichkeiten zu reduzieren, zu vermeiden. Aber es muss natürlich auch wirtschaftlich tragbar sein, das Ganze. Da gibt es auch dann keine übergreifende Organisation oder Vereinigung von verschiedenen Anbietern, die sowas in Erwägung ziehen. Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay, ich würde sagen, dass wir das Bild rund machen. Fehlt jetzt noch der Blick des Logistikers, der die Dinge dann zwischen Händler und Kunden transportiert. Und da wird uns Herr Hinz einen Überblick geben, was sich da gerade tut. Ja, das mache ich gerne, Herr Hacker. Wie funktioniert das hier? Okay. Ist schon an. Ja, mein Name ist Stefan Hinz. Ich bin in der Hermes Logistikgruppe Deutschland. der Umweltmanagementbeauftragte und Teamleiter für das Thema Nachhaltigkeitsmanagement. Es geht dabei bei uns im Hause zum einen um die ganzen Dinge, die die ökologischen Transportbedingungen verbessern sollen und zum anderen die sozialen Bedingungen bei unseren Vertragspartnern auch sicherstellen sollen, die wir gewährleisten wollen und müssen. Seit 2012 da ganz aktiv unterwegs sind. Aber heute wollen wir das Thema auf das Thema Ökologie beschränken. Und da wollte ich nochmal so zwei, drei Sätze zu den Ergebnissen, die das Öko-Institut aufgeworfen hat, was den Vergleich zwischen stationären Handel und Onlinehandel angeht. Also was ganz eindeutig auch von unserer Seite ja schon mal näher beleuchtet wurde, ist, dass diese Aussagen, dass eine Vergleichbarkeit gegeben ist, fast nicht möglich sein wird, weil es einfach diverse zigtausende Szenarien gibt, die belegen, dass der Vergleich zwischen Onlinehandel und stationären Handel mal so und mal so aussehen kann. Und ich möchte Ihnen jetzt als Logistiker hier in der Runde einmal vorstellen, wie wir uns trotzdem damit beschäftigen, den Onlinehandel möglichst nachhaltig zu gestalten und trotz gegenläufiger Trends und Anforderungen unserer Auftraggeber, Dinge umzusetzen oder voranzutreiben, die Möglichkeiten sind, um speziell die CO2-Emissionen, aber auch die Schadstoffemissionen und Lärmemissionen bundesweit zu reduzieren. Bevor wir beginnen, würde ich noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze sagen zur Hermes-Logistik-Gruppe Deutschland. Also wir sind eine hundertprozentige Tochter der Otto-Gruppe. Wir haben in Deutschland selber insgesamt 57 Niederlassungen, von denen aus unsere Vertragspartner beliefert werden, die dann die Sendungen zum Konsumenten bringen. Wir haben sechs Hauptumschlagbasen, das sind sozusagen die Einschleusungspunkte für unsere Auftraggeber, wo die Waren von den Legern der Auftraggeber zunächst hingehen und dann auf die... Vertragspartner ist sowohl der Adressant als auch der Empfänger? Beide? Ne, Vertragspartner wäre in diesem Fall unser Transportpartner, der die letzte Meile abwickelt. Also wir haben auf der letzten Meile, das sind die 400 Zustellstützpunkte, Vertragspartner im Einsatz, das sind nicht unsere eigenen Standorte und die werden über die Niederlassungen beliefert. Insgesamt 14.000 Paketshops. Ja, und wir sind nach DHL der größte Postdienstleister im B2C-Bereich, also in der Paketbelieferung der Endkunden in Deutschland und versenden in aktuell 20 Endkunden. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal so ganz konkret die Anforderungen, die an uns gestellt werden, als Logistiker aufzeigen und wir müssen da auch wirklich nochmal unterscheiden. Wir differenzieren da nach Konsumentenanforderungen, die es gibt. Wir haben ja auch Privatkunden, die über Hermes versenden und wir haben Händleranforderungen. Und die sind teilweise ähnlich, aber sie unterscheiden sich auch teilweise. Also was für uns ganz große Herausforderungen sind, das wissen Sie alle, dass der E-Commerce-Handel extrem boomt. Die Leute bestellen mittlerweile alles online, vom Buch bis zum Surfbrett müssen sie im Grunde genommen in der Lage sein, alles zu transportieren. Das hat enorme Einflüsse auf unsere Logistikinfrastruktur. Unsere gesamte Technik muss so ausgerüstet sein, dass halt ein Paket, wo nur ein Buch drin ist, umgeschlagen werden kann oder auch, jetzt mal so was als Beispiel, was haben wir als Beispiel, irgendwie ein größeres Elektrogerät. Oder Wein. Wein ist auch ein gutes Beispiel. Weil bei Wein gibt es ganz große Probleme, was die Abwicklung angeht, weil natürlich die Sorter-Technik irgendwo eingestellt wird für so ein Standardprodukt, für so eine Standardsendung. Und wir haben halt in der Vergangenheit auch häufig das Problem gehabt, dass gerade im Weinversand sehr viele Schäden eingetreten sind. Und da muss es halt wirklich auch von unserer Seite Planungskonzepte geben, Technik, die letztendlich all diese Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus ist es so, dass der Konsument heute alle Kanäle nutzt. Der nutzt das Internet, der nutzt sein Smartphone und der geht halt auch in den stationären Handel. Das ist dieses Thema, was Herr Lenz davon angesprochen hat. Diese Kombination, diese Verschmelzung zwischen stationären Handel und Online-Handel. Es gibt mittlerweile immer mehr auch so den Bedarf, dass Kunden schnell etwas haben möchten, es irgendwo in einem Shop eines Auftraggebers sehen und dann den Wunsch äußern, das zu bekommen. Wenn das dann in dem Shop nicht vorhanden ist, ist es über den Händler möglich zu gucken, hat dieses Produkt eine andere Filiale und dann müssen wir als Logistiker relativ schnell reagieren und die Sendung von der Filiale, wo das Produkt vorrätig ist, abholen und zum Endgründen bringen. Darüber hinaus ist es so, dass der Endkunde auch sehr, sehr stark mittlerweile auf nachhaltige Aspekte bei uns, bei den Logistikern, gerade im Paketbereich achtet. Schwerpunktmäßig muss man sagen, eher die sozialen Komponenten als die ökologischen. Das ist ganz klar zu sehen. Da gab es auch vor einigen Jahren, 2012, ja auch über die Medien, Missstände, die aufgedeckt worden sind, wo wir uns auch intensiv und aktiv darum gekümmert haben, diese zu beseitigen, wo es teilweise bei uns Vertragspartner gegeben hat, die ihre Leute nicht vernünftig bezahlt haben oder wo andere Dinge nicht in Ordnung waren. Da müssen sich auch heute alle Logistiker, gerade in diesem Bereich, wir sprechen hier von Niedriglohnsektor, das ist einfach so, drum kümmern, weil sich die Kunden dann auch dahingehend entscheiden, wir wollen faire Arbeitsbedingungen, wir wollen einen sozialen Partner haben und dann nehmen wir halt lieber den, der dort auch aktiv was macht, der dort was tut, sichtbar was tut und wo man dann ganz aktiv sich entscheiden kann. Ein Beispiel ist die Ebay-Plattform, wo man ganz klar sich seinen Logistikdienstleister explizit aussuchen kann. Dann zu dem Thema Händleranforderungen, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ist halt auch sehr, sehr kontrovers zu diskutieren vor dem Hintergrund der Klimaschutzaktivitäten. Die meisten Händler wollen immer, wollen von den Logistikern oder verlangen von den Logistikern enorme Flexibilität. Es ist ja so, dass Kunden, also der Händler hat ja keinen Einfluss darauf, wann Kunden bestellen. Und es gibt so gewisse Unzeiten, wenn Kunden im Internet surfen und Produkte bestellen, die rein von den Prozessen, die dahinter hängen, dazu führen würden, dass die Zustellung einer solchen Sendung, eines solchen Produktes einen Tag länger dauern würde, weil er am frühen Abend bestellt hat und die Sendung dann nicht mehr anders ab geht und an dem gleichen Tag auch nicht mehr in die Zustellung gehen kann. Und da ist es halt so, dass die Anforderungen immer stärker wachsen, dass diese Zeitfenster, die wir dort haben, für unsere Auftraggeber auch heiß begehrt sind und wir uns da im Grunde genommen immer wieder neu ausrichten müssen, schauen müssen, wie wir noch flexibler werden können, wie wir unsere Transportprozesse so gestalten können, dass wir diese schnellen Reaktionszeiten und Auslieferzeiten realisieren können. Das ist ein ganz großes Thema. Da werde ich aber auch gleich nochmal darauf eingehen, in was wir da tun und wo wir auch aus unserer Perspektive heraus, glaube ich, nicht alleine in der Lage wären, maßgebliche Dinge zu verändern, sondern das kann nur in Kooperation mit den Händlern passieren. Ein anderes Thema ist das Thema Zustelloption, Zustellzeiten. Das ist ein Thema, wo wir feststellen, das ist einfach ein Servicegedanke, glaube ich, auch getragen aus dem Verhalten der Konsumenten. Viele Konsumenten ärgern sich natürlich, der Paketzusteller, der kommt mittags um 14 Uhr, man selber ist nicht zu Hause, ist bei der Arbeit, Nachbarn sind auch nicht da, Paketzusteller fährt wieder weg, hinterlässt eine Benachrichtigungskarte, kommt am nächsten Tag wieder und die Situation ist dieselbe. Da ist es halt heute so, dass wir Versandoptionen realisieren müssen, dass wir alternative Zustellorte den Kunden anbieten müssen, möglichst flexibel, möglichst kurzfristig vor der Zustellung und da gibt es ganz, ganz viele Aktivitäten, auf die ich gerne mal näher eingehe. Der Händler fordert von uns, möglichst umweltschonend, das was er nennt, sei er auch schon gesagt, möglichst umweltschonend abzuwickeln, also möglichst moderne Fahrzeuge einzusetzen, wenig CO2-Emissionen, wenig Schadstoffe zu verursachen, die Prozesse so möglichst effizient zu gestalten. Da haben wir natürlich auch in gewissem Maßen eigenes Interesse dran, nur gerade im Transportbereich ist es so, da gibt es halt wenig Alternativen. Wir haben im Standortbereich an den Umschlagsplätzen heute unter technischen Gesichtspunkten oder technologischen Gesichtspunkten sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge umzusetzen, alternative Energien wirtschaftlich einzusetzen. Also Stichwort, wir haben ganz, ganz viele Logistikstandorte, die mittlerweile mit Holz beheizt werden und nicht mehr mit Gas oder mit Öl. Das haben sie im Transportbereich eher weniger. Da ist man abhängig von den OEMs, von den Fahrzeugherstellern und im Nutzfahrzeugbereich passiert aus unserer Sicht, aus Sicht der Paketdienste, noch zu wenig in dem Bereich der mittelgroßen LKWs bis 3,5 Tonnen. Es gibt in dem Bereich der kleinen Lieferwagen für Handwerksbetriebe, ich sage jetzt mal den Vito E-Cell, den Renault Kangoo, da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Alternativen, aber in unserem Segment eher weniger. Ja, wie kann man sich diesem ganzen Thema nähern? Unter dem Gesichtspunkt, das man ja auch immer wieder so in den öffentlichen Medien liest, dass der Online-Handel und die hohen Retourenquoten, das Parken in zweiter Reihe, in den Ballungszentren immer sehr, sehr kritisch gesehen wird, die hohen CO2-Belastungen, die durch den Online-Handel entstehen. Da haben wir uns schon vor vielen, vielen Jahren darüber Gedanken gemacht, wie können wir uns diesem ganzen Thema nähern und ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, um überhaupt beurteilen zu können, was man machen kann, ist erstmal das zu messen, was man verursacht. Wir waren der erste Logistikdienstleister, der die CO2-Belastierung über die eigenen Transporte und über die gesamte Flotte unserer Vertragspartner automatisiert über die Echtdaten, das ist das Privileg der Paketdienste, die haben sehr, sehr viele Informationen über die Zustellung, weil jeder Zusteller hat immer einen Scanner dabei und im Rahmen der Scannung werden diverse Informationen gespeichert und ans Rechenzentrum übertragen. Und mit diesen Daten war es uns möglich, um eine verursachungsgerechte CO2-Emissionsberechnung pro Sendung zu realisieren. Wie Sie hier auf der Folie sehen, haben wir dann natürlich auch mal die Möglichkeit gehabt, das soll Ihnen dann mal zeigen, inwieweit wir dann tatsächlich auch Effekte gesehen haben. Wir haben halt festgestellt, dass eine Zustellung an einer Haustür oder eine Zustellung an einen Paketshop von Hermes 30% effizienter, also 30% weniger CO2 verursacht als eine Haustürzustellung übers Mittel bundesweit. Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir an einer Haustür diese Mehrfachzustellungen haben, dass die Wege teilweise weiter sind. Bei den Paketshops ist es halt so, das sind feste Touren, die ein Fahrer fährt. Er weist die Öffnungszeiten, er wird niemals dort vor Ort sein und niemanden antreffen und die Paketdichte, die Stoppdichte ist sehr viel höher, weil er natürlich bei einem so einem Paketshop diverse Pakete abholt und diverse Pakete auch wieder abgibt, was letztendlich sich positiv auf die Bilanz auswirkt. Nichtsdestotrotz erstmal kein Einfluss hat auf die Gesamtemission, sondern immer nur auf die Relativen, weil sie natürlich trotzdem den Transport haben. Was tun wir, um hier die nächsten Schritte zu gehen, um noch effizienter die letzte Meileabwicklung zu realisieren? Und da ist es halt so, dass wir ganz aktiv, gerade auch hier in einem Forschungsforum im Rahmen des Schaufensterprojektes Berlin-Brandenburg die Zustellerassistenz, so nennen wir das, erproben, wo ein Fahrer so ein Onboard-Unit im Fahrzeug verbaut bekommt, wo ihm letztendlich für die Tagestour eine optimierte Route vorgegeben wird. An die muss er sich nicht halten, das ist letztendlich ein Vorschlag, weil es gibt natürlich immer äußere Begleitumstände, Stau, Baustellen, die so ein System dann nicht tagesaktuell erfasst. Der Fahrer das aber kennt, weil er sein Zustellgebiet kennt, in dem er tagtäglich unterwegs ist. Und dementsprechend hat er dann immer noch den freien Raum, selbst zu entscheiden, ob er diesen Routenvorschlag übernimmt. Das ist der eine Part. Darüber hinaus, und das ist das Innovative, da gehen wir stark davon aus, dass das ein Trend ist, der in den nächsten Jahren kommen wird. Wir reden ja heute schon von der Smartphone-Generation, das ist die Interaktion zwischen Kunden, also zwischen dem Konsumenten und dem Fahrer, dahingehend, dass der Konsument eine Information von uns bekommt, im Rahmen einer Zeitfensterzustellung. Wir sind zwischen 12 und 13 Uhr bei dir vor der Haustür und würden dir das Paket zustellen. Die Information geht aufs Smartphone und der Kunde hat dann aktiv die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Nee, Moment, ich bin nicht zu Hause, braucht ihr nicht zustellen, dann kann unser Fahrer diese Tour komplett vermeiden. Oder er sagt, ja, ich bin nicht da, gibt es bei meinem Nachbarn ab oder gibt es an dem und dem Paketshop ab, so dass wir dadurch einfach unnötige Kilometer vermeiden und dadurch auch letztendlich effizienter werden. Das ist der Gedanke, der dahinter steht, was jetzt in Berlin hier im Rahmen eines Piloten erstmalig empfohlt wird. Weitere Themen, die für uns ganz, ganz wichtig sind und über die wir teilweise in der Theorie erst, aber teilweise auch schon in der Praxis nachgedacht haben, das sind, das ist zum einen der entschleunigte Versand, das ist mal ein ganz anderer Ansatz als das, was man heute von allen Logistikern ja fast kennt mit dem klimaneutralen Versand. Da geht es halt einfach darum, die Transporte, insbesondere auf der langen Strecke, also in den Lkw-Verkehren, effizienter zu gestalten, weil da ist es einfach aufgrund des Zeitdrucks, der uns vorgegeben wird, häufig mal so, dass so eine Wechselaufbaubrücke, die dann von Hamburg nach München gefahren wird, nur halb voll ist, weil diese Sendungen noch am nächsten Tag zugestellt werden müssen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, ein Produkt anzubieten, wenn man in Anführungsstrichen entschleunigter versandt, dann könnten solche Sendungen einen Tag länger an einer Umschlagsbasis gelagert werden und so gepackt werden, dass die Wechselaufbaubrücke, auf der diese Sendung transportiert wird, erst los, oder die Sendung erst losgefahren wird, wenn diese Wechselaufbaubrücke voll ist, also eine Vollauslastung vorliegt. Das Problem ist, und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, der Trend geht eher in eine andere Richtung. Der Trend geht ja in, wir wollen immer schneller werden, die Sendungen sollen immer, und das ist vom Konsumenten letztendlich gewünscht, vom Konsument und von den Händlern, dass man immer schneller werden soll, dass die Sendung möglichst am nächsten Tag, wenn sie bestellt wurde, da ist. Das ist eines der größten Qualitätskriterien für Paketdienste. Es gibt den Preis und es gibt die Geschwindigkeit. Daran wird man am stärksten bemessen als Cap-Dienstleister. Und wir können so einen entschleunigten Versand im Rahmen eines Piloten nur umsetzen und realisieren, wenn so eine Anforderung von einem Händler kommt, weil das grundsätzliche Problem ist, wenn sie so etwas realisieren und sie sind heute nicht der Schnellste auf dem Markt oder sind nicht als Schnellster bekannt, dann hat das einfach unter Marketinggesichtspunkten und unter Kommunikationsgesichtspunkten eher Nachteile für das Unternehmen. So wird das zumindest auch bei uns gesehen, dementsprechend bräuchten wir Partner aus dem Handel, die ein Interesse an so einem Produkt hätten und das mal mit uns weiter durchspielen. Das Spannende ist, das plaudere ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, unsere Operations, also die Kollegen, die für die Abwicklung veranwalt sind, die würden sich freuen. Die würden sich absolut freuen, wenn man so etwas realisiert. Das Nein, das Eigeninitiativ zu realisieren, kommt dann eher aus dem Bereich Marketing, weil man sagt, okay, wir sind heute im Markt nicht die schnellsten, wir werden auch nicht als die schnellsten wahrgenommen, aber aus diesem Grund können wir halt jetzt nicht so einen entschleunigten Versand anbieten, das würde man uns links und rechts um die Ohren hauen. Das ist so ein bisschen die Argumentation. Hinzu kommt, ich muss ein bisschen auf die Uhr achten, dass ich so ein bisschen lange brauche, jetzt mache ich mal ein bisschen schneller, dass wir ganz aktuell den Hausbrief, Hauspaketkasten, Briefkasten wollte ich schon, den Hauspaketkasten testen. Das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir im Rahmen mit unserem Verband, dem BIEG und den Mitgliedsunternehmen des BIEG. Unser großer Mitbewerber, die DAL ist an diesem Thema auch da. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was kommen wird. Hat einfach den Hintergrund, dass man dadurch diese Mehrfachzustellung komplett vermeidet und da auch die Transporte wieder effizienter gestaltet, weniger CO2-Emission, weniger Schadstoff-Emission verursacht, weil man nicht zweimal so eine Sendung zum selben Kunden bringen muss. Und dann gibt es noch ein Thema, auch hier in Berlin, wo wir derzeit eher, ich sage jetzt mal, förderndes Mitglied sind und uns das ein bisschen anschauen, weil wir glauben, das ist eher ein Thema für die Paketdienstleister, die im B2B-Bereich verstärkt unterwegs sind. Das ist die sogenannte Bento-Box, das sind Kleinkontainer-Systeme, die erprobt werden sollen, wo man, das muss man sich so vorstellen, das wird ein Container-System an einem Knotenpunkt irgendwo im Innenstadtbereich aufgestellt. Morgens fahren die Zustellfahrzeuge dorthin, der einzelnen Paketdienste geben dort die Sendung, die in diesem Zustellgebiet zugestellt werden sollen, ab und dann werden über Lastenräder oder wie Sie hier auf diesem Foto sehen, über sogenannte Micro-Carrier die Pakete von Zustellern direkt in die Fußgängerpassagen, in die Ballungszentren reingefahren. Aber das Problem ist, dass wir halt mal analysiert haben, dass dort, wo solche Container-Systeme derzeit geplant werden oder überlegt werden, wo sie aufgebaut werden, eher Sendungen im B2B-Bereich zugestellt werden. Also es sind dann eher die Fußgängerzonen, wo die Geschäfte mit Ware beliefert werden oder die Bürobereiche, Bürozentren, wo dann Pakete an Firmen gehen. Und da sind wir als Hermes halt nicht so stark unterwegs, dass es für uns ein Thema ist, wo wir jetzt den obersten Fokus drauf legen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, und das wollte ich hier auch nochmal in der Runde loswerden, ist für uns das Thema Elektromobilität. Da glauben wir, steckt enorm viel Potenzial drin. Und ich hatte es vorhin ja schon mal kurz angedeutet, wir sind relativ frustriert mittlerweile, weil wir feststellen müssen, dass in dem Segment, in dem Fahrzeugsegment, wo wir, oder das, was wir benötigen für die Paketzustellung, das sind Transporter mit einem Transportvolumen von 10 bis 14 Kubikmetern, es heute faktisch keinen einzigen großen Automobilhersteller gibt, der etwas in dieser Richtung anbietet. Es gibt den Renault Kangoo, es gibt die Stadtlieferwagen, es gibt den Vito, also es gibt Fahrzeuge, ich sag mal so bis 9 Kubikmeter Ladevolumen, die haben wir auch erprobt und erproben da auch in Berlin und in Hamburg. Aber da haben wir einfach festgestellt, dass aufgrund der Menge, aufgrund des Volumes, was wir transportieren, diese Fahrzeuge für uns nicht effizient einsatzbar sind. Das muss man klar sagen. Reichweite, diese ganzen begrenzenden Themen spielen für uns eine untergeordnete Rolle in den Stadtbereichen. Wenn Sie 80 Kilometer Reichweite haben, da können Sie in Berlin jegliche Touren fahren. Abends werden die Fahrzeuge geladen, das ist alles unproblematisch. Das Problem ist einfach, es gibt für uns keine Fahrzeugalternativen. Das muss man klar sagen. Als letztes, auch von meiner Seite für die Diskussion und als Anregung noch mal so die wesentlichen Punkte, die wir aus unserer Sicht hier sehen, das ist zum einen, dass dadurch, dass der E-Commerce wächst, sind letztendlich ja alle Logistiker in der Pflicht, ihre Logistikprozesse immer nachhaltiger auszurichten. Und das Spannende oder das Tolle an der Geschichte und deswegen macht das eigentlich auch so viel Spaß, ist, dass in diesem Bereich alle Ideen und alle Konzepte, die dort realisiert werden, immer einen wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen haben. Das ist in vielen anderen Bereichen nicht so, aber in dem Bereich ist es halt wirklich so. Es ist so, dass wir, und das ist auch ein Aspekt, das hatte ich ja angedeutet, für bestimmte Ansätze einfach die Unterstützung unserer Auftraggeber brauchen, weil wir da einfach marktgetrieben sind. Das muss man ganz klar sagen. Und entscheidend ist, dass heute, das ist aus diversen Analysen bei uns im Hause einfach deutlich geworden, dass logistische Optimierungen heute der Maßstab sind, um effizienter zu werden, um weniger CO2-Emissionen in der Zustellung im Online-Handel zu verursachen, maßgeblich sind und im technischen Bereich heute wenig geht. Weil A, die Dinge, die es gibt, noch sehr, sehr teuer sind und teilweise das, was ich ja vorhin auch gesagt habe, dass es viele Dinge gibt, die ja im Grunde genommen für uns nicht geeignet sind. Stichwort ist Transportergröße. Und da sind wir einfach ganz stark abhängig von den Fahrzeugherstellern. Vielleicht muss auch die Politik da nochmal irgendwie Anreize setzen, dass die großen Fahrzeughersteller, die Nutzfahrzeughersteller da nochmal in diese Richtung mehr entwickeln, weil im Grunde genommen passiert, das stellen wir halt fest, derzeit in diesem Bereich Elektromobilität, nur etwas im Pkw-Bereich und bei den ganz kleinen Lieferwagen. Und die Transporter ab 2,8 bis hoch 12 Tonnen, da gibt es keine Ansätze und keine Aktivitäten, die absehbar sind, wo wir Alternativen in den nächsten Jahren sehen. Nichtsdestotrotz glauben wir an die Elektromobilität. Also wir stellen fest, das ist ein absolut wichtiger Part, gerade in der City-Logistik. Sie haben ja nicht nur das Thema CO2 und Schadstoffemissionen, sie haben ja auch Lärm. Und für uns ist es halt auch dahingehend wichtig, weil wir glauben, dass verkehrsberuhigte Zonen, Fahrverbote, dass das alles zunehmen wird. Und wir müssen ja irgendwo die Pakete weiter zustellen und da braucht man Alternativen. Nur wenn es die Alternativen nicht gibt, dann haben wir keine Möglichkeiten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt etwas überzogen oder einiges überzogen mit den Inputs, aber ich glaube, wir haben einen ziemlich reichhaltigen Input bekommen aus ganz verschiedenen Perspektiven und wollen jetzt gar nicht erstmal mehr lange reden, sondern erstmal einfach das Wort an alle weiteren Workshop-Teilnehmer geben und genau, um ihre Anmerkungen, Anregungen bitten. Und ich glaube, wir können hier dieses Mikro, vielleicht ist es eine kleine Gruppe, vielleicht können wir auch einfach flexibel durch die Reihen reichen und es muss gar niemand rumgehen, sondern reichen Sie es einfach an den jeweiligen, hier gab es eine, genau, aber lass es doch einfach in der Runde sonst durchgehen. Ich glaube, das geht am unkompliziertesten, die Arbeit ist, glaube ich, lang genug. Dann melden Sie sich und ich gebe dann Zeichen. Und vielleicht sagen Sie mal kurz Ihren Namen, zumindest beim ersten Mal und von wo Sie kommen. Ja, mein Name ist Wulfolger Hahn vom Deutschen Institut für Urbanistik. Ich habe zwei Fragen an beide Referenten oder bei den letzten Referenten. Und zwar eine Frage, Sie sagten von Globetrotter, zwangsweise CO2 habe ich mir aufgeschrieben, also Sie müssen CO2 generieren, warum eigentlich zwangsweise, in der langfristig, wir haben ja gerade beim Transportsektor eine Alternative, die jetzt im großen Bereich noch hapert, aber grundsätzlich ja vorhanden ist, Elektromobilität und aus regenerativen Energien hergestellt. Also wo sehen Sie da sozusagen Zwangspunkte, die nicht lösbar sind? Und die andere Frage war eher eine Verständnisfrage. Sie hatten, Herr Hinz, dargestellt, 30 Prozent weniger CO2 bei der Paketshop-Zustellung versus Haustür-Zustellung. Sind da bei der Haustür-Zustellung schon die Mehrfachzustellung mit drin oder kämen die auch noch mit drauf? Die sind ja schon mit drin mit den 30 Prozent. Okay, danke. Gut, dann vielleicht noch die Antwort erst mal zur ersten Frage. Wir würden natürlich gerne CO2-frei unsere ganzen Prozesse und die ganze Abwicklung gestalten. Gestalten? Ja. Aber wie eben auch die Klimabilanz mit dem Öko-Institut ergeben hat, wir haben die verschiedenen Scopes. 1, 2 und 3, also nicht nur die direkten, sondern auch die indirekten Emissionen. Das heißt, wir müssen eben auch in die Vorketten reingucken. Das heißt, auch bei der Elektromobilität haben wir natürlich zur Erstellung der Transporte und so weiter entstehen in der Vorkette Emissionen. Dasselbe Thema haben Sie bei Photovoltaik. Das ist im Grunde genommen natürlich bei der Produktion. Das ist erstmal schön und gut, aber was ist in der Vorkette? Und insofern, wenn man wirklich da konsequent ist und das muss man bei dem Thema sein, sich die komplette Vorkette eben anguckt, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass es dort aktuell ein CO2-freies wirtschaften so erstmal gar nicht möglich ist. Deswegen die Aussage. Dann hier hinten eine Wortmeldung. Danke. Martin Karmes. Martin Karmes, Öko-Institut. Ich habe zwei Fragen. Eine an Herrn Nenzer. Sie sprachen von den Retour-Quoten beziehungsweise hier war dann die Diskussion, dass da ja die neue Gesetzgebung es möglich macht, die gewissermaßen den Kunden wieder in Rechnung zu stellen. Und dann sprachen Sie vom Marktumfeld nachvollziehbar. Klar, die Frage wäre aber, Sie hätten ja auch Kosteneinsparung oder das sind im Grunde zwei Fragen und das heißt, Sie könnten ja letztendlich auch sagen, okay, den Online-Handel kann ich auch proportional leicht kostengüßig anbieten und auch deutlich machen. Das mache ich dadurch, dass ich eben die Retouren reduziere und da eben Kosteneinsparungen haben. Das ist eine Frage. Die andere Frage wäre, wie viel das denn in Richtung CO2 ausmacht, wenn tatsächlich die Retouren reduziert werden. Und die zweite Frage geht an Moritz. du hast dargestellt, dass es sozusagen relativ schwierig ist zu beantworten auf so einer generellen Ebene. Aber ich dachte so, für die einzelnen Personen persönlich oder individuell gibt es ja gewisse Muster. Da ist relativ klar, wo ich einkaufen gehe, die Distanz und da kann ich zwei Optionen sehr klar vergleichen. Und vielleicht habe ich auch Einkaufsmuster und kann irgendwie feststellen, Online-Handel ist für mich immer günstiger oder in einer anderen Situation für jemand anderes ist Online-Handel immer ungünstiger oder je nachdem, welches Mobilitätsverhalten und welches Kaufverhalten hat. Die Frage ist, gibt es irgendwie ein Tool, wo man sozusagen individuell solche Sachen mal ausrechnen kann für sich persönlich oder ist sowas angedacht? Würde es Sinn machen? Die Richtung. Danke. Möchtest du vielleicht mal gerade anfangen? Oder wie auch immer. Auch die Retour war ja auch in der Bilanz, in dieser Beispielbilanz war ja auch diese Retour. Vielleicht hast du das auch noch erst mal zu diesem Tool. Also das ist eine spannende Idee. Kennt ich jetzt nicht, aber vielleicht, wenn jemand anders aus dem Umkreis es kennt. Was es gibt, sind Tools so für die grundsätzliche Berechnung. Also ich habe irgendwie eine Tonne Güter oder 100 Kilogramm Güter, die ich irgendwie transportieren möchte. Das ist aber jetzt nicht ein Paketversand, sondern es wäre dann eher so eine Spedition oder sowas unterstellen. Das wäre Eco Transit World für die Interessierten. Aber für den Paketversand und konkret im Vergleich eben mit dem Einkauf im Ladengeschäft, nee, kenne ich nicht. Die Schwierigkeit ist natürlich auch als Verbraucher, ich habe wenig Einfluss auch darauf, wir haben jetzt Durchschnittswerte unterstellt und natürlich kann das einzelne Ladengeschäft da stark von abweichen. Ich kann auch Ladengeschäfte bevorzugen, wo ich weiß, die haben vielleicht irgendwie ein zertifizierten Grünstromprodukt oder die haben Blockheizkraftwert mit Holzhackschnitzeln oder so, also sozusagen, ja, aber wie gesagt, wir haben immer diese Durchschnittsvergleiche normalerweise angestellt und eigentlich festgestellt, es ist noch weniger passend, weil wir so einen Durchschnittsmodelsplit, wenn wir ansetzen, es passt dann noch weniger. Deswegen heute eher so die konkreten Vergleiche, aber zum Tool ist mir nicht bekannt. Wegen der Retouren, was es in Summe macht, weiß ich gar nicht, aber in Deutschland habe ich gehört, die Retourenquoten liegen bei 200, 90 Millionen Sendungen. Also, das, ja, wenn man das mit diesen 0,5 multipliziert, dann kommt man irgendwie auf 100, 145.000 Tonnen. Aber vielleicht können genau die Kollegen dazu noch ergänzen zum Thema Retouren. Wollen wir erstmal deine Frage noch dann machen. Noch mal auf dem Thema der Weitergabe letztendlich der Kosten für den Versand eingehen. Man muss ganz klar sagen, gerade im Online-Bereich haben wir ja einen enormen Preisdruck, einen enormen Preiskampf. Und dort müssen wir uns, also die Frage hatte ich eingangs eigentlich schon beantwortet, wir müssen uns da ganz klar im Wettbewerb orientieren. und wenn es dort Möglichkeiten gibt, Dinge einzuführen, damit die Retourenquote sinkt und das versuchen wir ja durch die Übertragung auch der Beratung in den Online-Bereich, dann versuchen wir an der Stelle unsere Möglichkeiten zu nutzen. Nur am Ende des Tages ist uns nicht geholfen, dort etwas zu setzen. Die Retourenquoten gehen runter und womöglich schicken wir aber weniger Pakete raus. Also da ist einfach diese klassische Verbindung aus allen Aspekten der Nachhaltigkeit gefragt und da spielt eben auch die wirtschaftliche Komponente dann eine Rolle. Zur anderen Frage, wie viel das letztendlich ausmachen würde, da müssen wir mal Berechnungen anstellen. Wir gehen demnächst ja auch in die nächste Runde, die versandbezogenen CO2-Emissionen wieder zu berechnen. Aber das ist im Grunde genommen auf jeden Fall etwas, was wir auf der Agenda haben und noch eine Hausaufgabe, dass wir eben auch da nochmal in die Details gehen und Berechnungen machen. Aber das ist eben auch kein Einzeiler. Ich wollte nochmal was sagen zu den Retouren im Allgemeinen und den Prozessabläufen, den Transportabläufen, weil viele immer glauben, dass die Retouren so enorm viel mehr CO2-Emissionen verursachen. Das ist nämlich nicht so. Sie müssen sich vorstellen, das ist bei uns und auch bei DAL so. DAL hat 13.000 Packstationen oder Shops, wo man Sendungen, Pakete abgeben kann. Wir haben 14.000 Paketshops. Und bei uns liegt die Abgabe von Retouren an diesen Paketshops, die Quote liegt bei über 95%. Das heißt, es ist ganz, ganz selten der Fall, dass jemand zu Hause die Hermes anruft und sagt, holt mal bitte meine Retour ab. das gibt es zu 5%. Bei allen Retouren, ich habe jetzt die aktuelle Gesamtsumme nicht im Kopf, aber es ist überschaubar. Und bei den Touren, wo es zu den Paketshops geht, da ist es halt wirklich so, das sind ja feste Touren, was ich vorhin gesagt habe, da werden ja Pakete, Ausgangssendungen, so nennen wir das, abgegeben und es werden Retouren abgeholt. Diese Tour wird jeden Tag gefahren, die ist immer gleich. Der einzige Unterschied ist der Paket-Traffic, der ist nämlich unterschiedlich. Je mehr Retouren ich dann da habe, desto mehr Sendung hat der Fahrer nachher am Ende die Ermittlung zur Niederlassung wiedergebringt oder zum Depot. Und in absoluten Zahlen, glaube ich, ist das überschaubar, wenn man das im Gesamtkontext unserer CO2-Emissionen sieht. Ich glaube, ein viel, viel größeres Problem und das zeigen auch unsere Analysen, das sind die Mehrfachzustellungen. Dieses Problem, dass man tagsüber keine Leute antrifft, die die Sendung entgegennehmen. Das ist im städtischen Bereich häufig ja noch so, dass unser Zusteller dann entsprechend Nachbarn findet, die dann auch manchmal ein bisschen weiter weg wohnen, aber da kriegt man immer noch das Paket irgendwo abgegeben. Aber wenn Sie in ländlichen Regionen unterwegs sind oder in kleineren Dörfern, da fahren Sie viermal hin. Und am vierten Mal, wenn Sie dann keinen haben, dann geht die Sendung zurück. Das ist also ein ganz großes Problem. Ergänzend zu den Retouren, wir hatten es immer nur die verkehrsbedingten Emissionen. Retouren haben ja noch ganz andere Umweltauswirkungen, die jetzt nicht auch in der Betrachtung vorhin mit enthalten waren. Aber häufig sind Produkte, die retourniert werden, auch gar nicht wiederverkaufsfähig. Also dass der Zustand ist nicht immer so gut, dass man die wieder verkaufen kann. Und letztlich ist es bedeutet, dass auf der Seitenseite Kosten, aber auch eben Treibhausgasemissionen, die sozusagen in der Produktion entstehen in diesen Produkten. Also das ist auch jetzt vorhin unberücksichtigt geblieben. Dann gehen wir wieder in die Runde. Mein Name ist Angelika Uricher. Okay, ich bin Verkehrsplanerin und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Öko-Institut, ist aber schon lange hier. Ich fand jetzt ganz interessant, was Sie angesprochen haben, Herr Hinz, dieses Thema entschleunigte Zustellung. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, ich bestelle auch ab und zu online. Ich habe auch über viele Jahre bei einem Spezial-Online-Händler, der so Kinder- und Jugendprodukte vertreibt, viel bestellt. und da kam dann immer am Ende der Bestellung Lieferung in drei bis fünf Werktagen. Es kam in der Regel schneller, also es hat nie fünf Werktage gedauert. Und wenn ein Artikel nicht vorrätig war, dann wird nachgeliefert. Ich hatte als Kunde aber überhaupt nicht die Möglichkeit zu sagen, nee, ich brauche das eigentlich gar nicht, ihr könnt mir alles in zwei Wochen schicken, das würde mir reichen. Also wo mir das quasi von dem Händler so aufgedrückt wird und ich kenne das bei fast allen Online-Plattformen, wo ich mal so reingucke. Also wo überhaupt kein Button da ist, wo ich als Kunde sagen kann, ich brauche es eigentlich erst bis dann und dann und soweit könnt ihr disponieren, wie es bei euch reinpasst. Das ist auch so. Also diese Anforderung eines entschleunigten Versandes, das war ja das, was ich vorhin angedeutet habe, das muss von den Händlern kommen, es kommt heute aber nicht. Die Händler gucken alle, was macht mein Mitbewerber? Amazon ist da sozusagen der Maßstab aller Dinge. Die schaffen es teilweise ja, wenn sie heute bestellen, dann haben sie morgen Mittag haben sie die Sendung und an denen orientieren sich alle. So, das ist das, was Herr Nenzer ja gesagt hat. Das ist ein ungeheurer Druck, der da ist. Das ist ja nicht nur ein Preiskampf, sondern auch ein Kampf der Services. Da sind, da werden einfach Erwartungen von den Kunden geweckt, wo viele im Markt glauben, dass das die Aspekte sind, die nachher am Ende die Entscheidungen dafür sind, dass der Kunde bei mir oder bei meinem Mitbewerber bestellt. Ja, aber ich sage jetzt doch als Kundin explizit, das ist für mich nicht entscheidend. Also ich könnte gut sagen, ich brauche es nicht. Ihr könnt das machen, disponieren, wie ihr wollt und ich bin überzeugt, wenn man umgekehrt, manchmal gibt es ja die Möglichkeit, man kann anklicken, Espress-Versand, das kostet extra. Wenn man aber sagen würde, entschleunigter Versand kostet auf der anderen Seite ein paar Cent weniger. Ich bin überzeugt, es gibt schon eine enorme Kundschaft, die das in Anspruch nehmen würde. Aber da sind wir im Moment machtlos als Kunde. Vielleicht ein paar Worte dazu. Also tatsächlich scheiden sich da nochmal ein bisschen die Geister, ob das wirklich so eine kritische Masse schon ist oder die da erreicht wird, die das fordert. Aber ich bin intern, auch auf die Logistik, hat du gesagt, können wir das nicht anbieten und musste erfahren, dass natürlich systemseitig und logistisch da unheimlich viel hinterhängt und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie viele Kunden fragen das wirklich effektiv nach und auch für so einen Testlauf muss so viel im Hintergrund aufgebaut werden, dass das dann schwierig ist abzubilden. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sagen, ich habe hier vier Produkte, sehen das eine ist sofort lieferbar, die anderen erst in zwei, drei, vier Wochen, schickt mir das doch, wenn das letzte auch da ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für die Herausforderung dann in der Logistik. Dann hängen diese Produkte im Lager, da kommt neue Ware rein. Also das heißt, der Umschlag an der Stelle läuft nicht so effizient, wie er sein könnte. Und ein anderes Problem ist, es ist auch noch online abgebildet. Das heißt, in der Zwischenzeit könnte es durchaus passieren, dass das verfügbare Produkt in vier Wochen gar nicht mehr da ist und wir Ihnen dann Bescheid sagen müssen. Sie haben vier Wochen gewartet, jetzt haben wir es nicht mehr. Da gibt es sicherlich auch immer wieder Lösungen, wo man sagt, naja, dann nehmt ihr es doch online raus und so weiter. Aber da kommen wir wieder, und das einfach nur zur Erklärung, da steckt technisch relativ viel hinter. Das ist leider der Fall. Aber ich nerve die Kollegen damit auch. Gut, Frau Pfeiffer, das war aber jetzt noch eine Ergänzung dafür. Ja, wobei, wenn ich vom entschleunigten Versand als Logistiker spreche, rede ich nicht von drei bis vier Wochen, sondern wir reden von ein bis zwei Tagen. Wir wollen nämlich einfach nur die Wechselaufbaubrücke, die bei uns an irgendeinem Tor steht und halb voll ist, zwei Tage länger stehen lassen, bis sie voll ist und sie dann letztendlich erst auf den Weg schicken. Das ist sicherlich nochmal ein anderer Aspekt. Nur ich sage, und das ist halt das, was unsere Leute aus dem Marketing, aus dem Vertrieb sagen, der Druck ist derzeit so da gegenüber uns, was die Geschwindigkeit angeht, dass so ein Produkt derzeit nicht akzeptiert wird. Aus deren Sicht, das ist einfach so. Unsere Kollegen, also unsere Logistiker an den Hub-Standorten, die wären begeistert, wenn wir das machen würden. Die würden ja auch Kosten sparen. Wehe mehr. Weil jeder LKW-Transport, der halb voll ist, der kostet uns wesentlich mehr, als wenn er voll beladen nach zu seiner Zieldestination geht. Also wir können auch für die Diskussion, wir wollen ja nachher auch ins Podium, also wenn es auch darum geht, politische Rahmenbedingungen, möchten wir auch Dinge aus dem Workshop mitnehmen. Und ich sehe hier gerade, das ist schon mal so ein Punkt, wo man denkt, da ist eine Marktdynamik da, wo man sich irgendwann fragt, wer will die eigentlich wirklich? Können wir nachher vielleicht nochmal gucken, ob wir das auf den Punkt bringen, was nehmen wir mit? Ist da vielleicht auch noch andere Akteure gefragt, wenn man sich fragt, wer will das eigentlich, diese zunehmende Beschleunigung? Nur so auch für Sie, wenn Sie jetzt noch Statements abgeben, Sie können gerne auch schon ein bisschen mitdenken. Wir können nachher was aus dem Workshop mit ins Podium nehmen. Jetzt habe ich hier drei Wortmeldungen, der Reihe nach... Ich würde gerne nochmal einmal auf diesen Punkt eingehen, ganz kurz etwas ergänzen. Wir erleben tatsächlich diese Anforderung der schnellen Lieferung. Am besten heute geklickt, heute Abend noch da, oder morgen früh gleich da. Und das ist mittlerweile, hat sich auch als Standard einfach so etabliert, dass wenn man dort länger ist, ganz schnell kommt, dann wird storniert, gesagt, das dauert mir zu lange, wenn ihr mir das nicht garantieren könnt. Also ich sage mal, die Erwartungshaltung ist da sehr, sehr hoch. Da gibt es immer Ausnahmen, definitiv, aber es sind, bleiben Ausnahmen. So, wir haben jetzt noch einige Wortmeldungen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich würde sowohl Sie bitten, das relativ kurz zu machen und bei uns müssen wir auch gucken, dass wir kurze Rückmeldungen geben. Ich hatte jetzt, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, eins, zwei, drei, ist es richtig oder habe ich sie vorher übersehen? Und dann, genau. Genau, also ich gehe mal hier weiter und dann, wenn wir sich alle kurz fassen, dann kann auch jeder noch was sagen. Genau, bitte. Ja, mein Name ist Pfeiffer vom BDL, ich frage aber eher aus privatem Interesse. Und zwar Richtung Einzelhandel, wie die jetzt eigentlich darauf reagieren, weil das ist ja eigentlich eine Bedrohung für den Einzelhandel. Und ich stelle fest, und das ist auch meine Frage, woran kann das liegen, wenn ich zum Einzelhandel gehe, die haben meine Sachen nicht da, dann sagen sie, können wir bestellen? Und dann kriege ich die Antwort, ist in zehn bis 14 Tagen da. Wo ich dann denke, wie kann das sein, dass ich beim Einzelhandel, also beim Geschäft um die Ecke, 14 Tage darauf warten muss und eben online das am nächsten Tag haben kann? A, warum ist das so? Vielleicht können Sie das, Herr Nenzer, beantworten. und B, wie reagiert der Einzelhandel darauf? Okay, genau. Ich kann einer von uns darauf antworten. Ich kann nur für Globetrotter sprechen, insofern ich weiß nicht, welche Erlebnisse Sie da gemacht haben, welche Unternehmen das betrifft, aber also ich sehe ganz klar die Anforderungen genauso, wie Sie das beschrieben haben. Also das bestätigt das ja auch nochmal, dass Sie sagen, Mensch, das ist im Laden nicht verfügbar, bestellt mir das, warum dauert das jetzt zwei Wochen? Das ist nämlich genau sozusagen diese Anforderung, die da existiert und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass natürlich der Einzelhandel, der sich im Grunde genommen mit dem E-Commerce nicht ausreichend beschäftigt, dort auch, ja, also letztendlich ist das einfach der wachsende Trend in die Richtung. Also man kann aber nicht klar sagen, was die Ursachen sind. Ist es ein grundsätzliches Problem oder sind es Einzelhändler, die irgendwie ihre Logistik nicht im Griff haben oder also ist das eine allgemeine Beobachtung oder sind das Einzelfälle? Also das war's. Gut, dann würde ich einfach sagen, die Wortmeldung direkt hinter Ihnen, die Dame. Ja, Claudia Maywald vom Ökologischen Verkehrsclub VCD. Wir propagieren ja das Lastenrad als eine Lösung für den innerstädtischen Güterverkehr, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch, ich sag jetzt mal, um das Aggressionspotenzial zu verringern, Stichwort in zweiter Reihe parkender Lieferverkehr. Wie beurteilen Sie, Herr Hinz, das Potenzial von Lastenrädern? Ja, da bin ich gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben zehn Lastenräder bundesweit an verschiedenen Standorten in verschiedenen Städten getestet und haben teils gute Erfahrungen gemacht und teils sehr schlechte. Das Thema Aggressionspotenzial wird nur verlagert. Also wir haben, ich weiß nicht, ob Sie unsere Lastenräder kannten, die sind relativ breit, die hatten einen relativ großen Aufbau, sodass 200 Pakete in dieses Lastenrad reingepasst, kleine Pakete, kleine Pakete reingepasst haben. Und die haben halt, die waren so breit, dass sie auf dem Radweg nicht fahren konnten und auf der Straße genutzt werden mussten. Elektrisch unterstützt, Höchstgeschwindigkeit 25 oder 30 Stundenkilometer, muss ich jetzt lügen. Und das hat natürlich dann ein anderes Aggressionspotenzial bei den anderen Verkehrsteilnehmern ausgelöst, wenn sie dann mit 25 Stundenkilometer auf irgendeiner Hauptstraße in Hamburg oder in Berlin unterwegs sind. Aber unabhängig davon glaube ich, dass dieses Lastenrad in bestimmten Regionen, da spreche ich vielleicht jetzt gar nicht mal von den großen Städten, sondern vielleicht auch von Kurgebieten, von Urlaubsgebieten in verkehrsberuflichen Zonen, in Fußgängerzonen eine wirkliche Alternative sein kann. Allerdings, und das haben wir halt noch nicht, da haben wir halt noch keine Erfahrung sammeln können, das Thema Witterung wird nochmal ein ganz spannendes sein, weil sie natürlich einen Fahrer nicht gewinnen können, wenn wir 30 Zentimeter hoch Schnee irgendwo liegen haben, mit dem Rad dann die Pakete zuzustellen. Das ist auch nicht zumutbar, das muss man ganz klar sagen. Also es wäre letztendlich aus meiner Sicht derzeit, wenn man sich Alternativen anguckt auf dem Markt, eine saisonale Geschichte. Aber letztendlich beurteile ich grundsätzlich, wenn diese Räder nochmal optimiert werden, dann gewisses Potenzial ist auf jeden Fall da. Gut, dann würde ich mal auf die andere Seite gehen. Hier gab es zwei Wortmeldungen. Dankeschön. Lukas Rohleder von Eric. Herr Hinz, eine kurze Frage an Sie. Sie haben geschildert, dass Sie im Bereich Sprinter keine Elektrofahrzeuge bekommen. Die Größenordnung, die Sie genannt haben, ist ungefähr Sprinter von Bekrafter. Das finde ich sehr erstaunlich, weil wir ja im Rahmen der Förderung Elektromobilität schon viel gesehen haben in Deutschland und offenbart, dass ja dann ein Fahrzeugsegment ist, das da keine Unterstützung erfahren hat. Bisher, so habe ich Sie verstanden. Sie haben gesagt, Sie würden das als nötig erachten, dass da zusätzlich noch Fördermittel oder Einrichtungen geschaffen werden, um das voranzutreiben. Aber zum einen, was können Sie sich konkret vorstellen an Unterstützung dafür und was ist Ihr Feedback von den Autoherstellern? Was sagt Daimler und VW dazu, dass Sie als großer Player im Markt eine Nachfrage haben, die momentan nicht zu bedienen ist? Also wir haben vor nicht allzu langer Zeit mal einen relativ großen Workshop mit Daimler bei uns im Haftus. wo wir die Fachleute für alle Transporterklassen für alternative Antriebe mal eingeladen haben und die uns mal so berichtet haben, wie da so der Status Quo ist in den einzelnen Klassen und was da so passiert. Und das war sehr ernüchternd, muss man ganz klar sagen, weil in diesem Segment halt nicht wirklich was passiert ist. Und als wir die Frage gestellt haben, wieso passiert denn da nichts? Da war immer so ein bisschen, also man hat uns nicht wirklich eine Antwort gegeben. Wir hatten den Eindruck, dass man abwartet, was in dem kleineren Segment passiert und dass da derzeit vielleicht die Erwartungen auch nicht erfüllt werden und man nicht das Risiko eingehen will, noch eine weitere Transporterklasse aufzubauen und umzurüsten und die dann auch noch in den Markt reinzubringen. Das war unser Eindruck. Wirklich sagen kann ich es nicht, weil sie uns natürlich wirklich gesagt haben, teilweise glaube ich auch, dass die Kollegen, mit denen wir dort zusammen gesessen haben, irgendwo auch immer auf eine Vorstandsentscheidung gewartet haben, die ihnen auch nicht gefällt wurde. Also es wurde ja nicht gesagt, der Sprinter kommt nicht oder der Sprinter kommt, sondern man hat diese Entscheidung irgendwie immer verzögert und bis heute ist keine gefallen. Das war so das, was wir mitbekommen haben und wo wir halt einfach feststellen, wir haben als Hermes da auch vielleicht nicht die Marktmacht alleine. Ich weiß es bei unserem Mitbewerber DRL, die haben wohl ähnliche Probleme gehabt, die haben sich dann irgendwann mit einem anderen Dienstleister zusammengesetzt für Elektrofahrzeuge mit Street Scooter und haben sich ein eigenes Konzept überlegt. Das kann man machen, wenn man dann auch eine gewisse Marktmacht hat, die DRL sicherlich ausstrahlt, die wir dann aber auch noch nicht haben, dafür sind wir dann auch nicht groß genug. Nichtsdestotrotz glaube ich, also ich überlege gerade, was könnten die Ansatzpunkte sein, dieses Thema weiter voranzutreiben. Also wir haben damals, 2010 ja, wurden ja sehr, sehr viele Mittel bereitgestellt, um die Elektromobilität auch im Nutzfahrzeugbereich zu fördern. Da hat Daimler ja damals den Vito-E-Cell entwickelt, zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass so ein ähnliches Konzept seitens der politischen Entscheidungsträger in Abstimmung mit den Fahrzeugherstellern auch für diese Transporterklasse entwickelt werden muss. Es sei denn, und das weiß ich nicht, dafür bin ich dann kein Fahrzeugingenieur, es sprechen ganz konkrete technische Dinge gegen die Entwicklung eines solchen Fahrzeugs, was vielleicht Nutzlast angeht, was Reichweiten angeht, das kann ich nicht beurteilen, weil Sie müssen natürlich für so ein Fahrzeug ein ganz anderes Akkupaket in so ein Fahrzeug ein, also da gibt es ja ganz andere Rahmenbedingungen, die vielleicht eine Rolle spielen, die vielleicht auch dann zu so einer Entscheidung geführt haben, das erstmal sein zu lassen, weil die Risiken nicht absehbar sind und zu groß auch vielleicht sind. Ja, aber nicht batterieelektrisch. Ja? Ja gut, am Test, aber noch nicht im Freien, als wirkliches... Ja, okay. Okay, es gab noch ein paar Wortmeldungen, aber ich glaube auch, das Thema ist auf jeden Fall angekommen, also und das ist schon öfter. Frage, wieso gibt es da keine Fahrzeuge? Frage, vielleicht muss man auf den Parallel-Workshop hinweisen, Regulierung, also die Effizienzstandards, also die Effizienzstandards im PKW-Bereich, die sorgen natürlich auch für einen Handlungsdruck, der ist bei den Nutzfahrzeugen bis jetzt nicht so groß, also nur als ein... Es ist eine Theorie unter vielen, aber die Frage auch, muss ein Hersteller da gerade handeln oder kann er handeln? Und trotzdem auch Verweis auf laufende Projekte von uns, wo es in der Tat auch so ist, Wirtschaftlichkeit in dem Bereich, wo wir gerade Rechnung für das BMW machen, in gewerblichen Anwendungen, wo sich auch klar zeigt, in der Cap-Branche, wenn man sich solche Fahrzeuge vorstellt, was die zusätzlich kosten würden, das würde sich rechnen, das ist nicht das Problem. Es ist wirklich diese Engstelle, diese Fahrzeuge sind nicht auf dem Markt. Gut, aber dann würde ich sagen, das können wir auch gerne nachher mit vielleicht ins Plenum nehmen, als einen Knackpunkt in der Zulieferung, aber dann würde ich einfach weitergehen auf der Seite mit den Wortmeldungen. Ja, Marla Luther, mir fällt nur auf, worüber wir hier nicht reden, Ihre beiden Geschäfte sind ja miteinander verbunden. Es gibt ja viel, viel mehr Händler als nur Globetrotter. Aber wir haben einen EU-Weißbuchverkehr, der ja vorsieht, dass 50 Prozent des heutigen Frachtverkehrs auf die Schiene verlagert werden muss, bis 2050, 60 Prozent von heute und 60 Prozent CO2-Reduktion müssen wir in diesem Frachtsektor, Straßenfrachtsektor sehen. Und ich sehe da, ehrlich gesagt, trotz allen guten Bemühungen, die sie da vorbringen, der E-Commerce nimmt zu und das wird begünstigt durch zwei Sachen, die billige Lieferung. Einmal ist die Bahn zu teuer und die ist deshalb zu teuer, weil ihre Branche leider Gottes, so wie in der PKB-Branche auch, unter Überkapazitäten leidet. Es sind viel zu viele kleine Anbieter mit ein, zwei Fahrzeugen unterwegs, die diese günstigen Preise realisieren können, die die Umsonstlieferung möglich macht. Und ehrlich gesagt, muss da auch eine gewisse Konsolidierung stattfinden. Es müssen stärkere Maßnahmen für die Verlagerung, wenn ich schon höre, wie viele Lastwagen Sie haben, die von München bis Hamburg gehen, das geht natürlich nicht. Also diese Strecke muss eigentlich mit der Bahn übernommen werden. Darf ich dazu mal was? Sie haben das erzählt mit München. Ja, ja. Also welche Maßnahmen gibt es eben, diese Verlagerung einerseits, also auch in Ihrer Branche, diese Verlagerung voranzutreiben und zweitens, wann muss diese Lüge der Umsonst- und Morgenlieferung aufgebrochen werden, weil es ist eigentlich etwas, was wir weder finanziell noch klimamäßig leisten können. Gut, vielleicht auch wieder möglichst kurze Antwort. Wir haben noch ein paar Wortmeldungen. Also zu dem Thema Bahnverkehre. Wir haben uns ja jetzt hier im Rahmen der Diskussion fokussiert auf das ganze Thema letzte Meile, Paketzustellung. Bahnverkehre spielen bei uns in der Beschaffungslogistik für unsere Auftraggeber eine Rolle. Sicherlich noch eine, die ausbaufähig ist, aber sie spielen eine Rolle. Im Bereich der Zustellung sehe ich ganz praktisch überhaupt keine Lösungsansätze, die Bahn zu nutzen. Wir haben, das ist das, was Sie eben gerade angesprochen haben, oder was ich ja von meinem Vortrag gesagt habe, Hamburg-München. Diese Relation, lange Strecke, wo von einem Standort hier in Hamburg die Ware nach München los. Da ist es halt so, da haben wir uns das wirklich mal angeschaut und haben geguckt, wie werden da die Laufzeiten, Stichwort wieder Geschwindigkeit, wir müssen ja schnell sein, und wir würden einen ganzen Tag verlieren, weil die Sendung im Nachtsprung, man muss sagen, in Deutschland ist es so, dass der Personenverkehr immer noch bevorzugt wird gegenüber dem Güterverkehr, die Ware in München, am Hauptbahnhof in München um sechs Uhr morgens ankommen würde. Bis sie dann umgeschlagen ist und bei uns an der Niederlassung ist, ist es zu spät, um sie an dem Tag noch zustellen zu können. Und aus diesem Grunde haben wir es gelassen. Nur mal so, um hier auch mal zu zeigen, dass wir hier in Deutschland, anders als beispielsweise in der Schweiz, den Güterverkehr in vielen Bereichen, also dass die Deutsche Bahn den Güterverkehr in vielen Bereichen einfach dem Personenverkehr unterordnet. Und das führt dann zu den Problemen, die wir haben. Aber das Kernthema ist da wieder das Thema Geschwindigkeit. Also wenn man über einen entschleunigten Versand nachdenken würde, wäre auch das noch mal zu prüfen. So, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Ich würde gerne noch nachher eine Schlussrunde machen mit den Referenten hinsichtlich, was nehmen wir mit, auch vielleicht an politischen Forderungen hinsichtlich, wie kriegen wir Handel und Klimaschutz noch besser in Einklang oder überhaupt besser in Einklang bei diesen Wachstumsraten. Deswegen würde ich jetzt sagen, relativ kurze Wortmeldungen. Ich würde jetzt auch gucken, dass wir die Rednerliste schließen. Vielleicht nochmal Handzeichen, wer noch was sagen möchte. Wir haben noch zwei Wortmeldungen. Ist das, würde ich einfach, drei Wortmeldungen, wo ich sage, einfach die Fragen und wir sammeln die dann noch mal und würden die dann gesammelt auch beantworten. Dann gehen wir einfach die drei Fragen oder Anmerkungen der Nachreihe nach durch. Okay, Heide-Marie Kuhner, Designerin. Ich habe mal eine Frage. Ist vielleicht eine längere Wartezeit auf ein Produkt vergleichbar? Geht das einher mit höheren Retouren? Ob es da so einen psychologischen Zusammenhang gibt? Das heißt, wenn ich mich jetzt entschieden habe, zu kaufen, wenn das schnell geliefert wird, dann schicke ich es nicht wieder zurück. Aber wenn ich quasi eine Weile darauf warte und sich vielleicht in meinem Hirn dann einstellt, das brauchst du ja eigentlich gar nicht, dann schicke ich es halt schneller zurück. Und wenn es das sein könnte, weiß ich nicht. Mal nachfragen. Nehmen wir gleich. Uli Werner in der Entwicklungszusammenarbeit. Mehr ein Statement für den Workshop und für die Ausrichter Öko-Institut. Nicht so sehr an die Kollegen von Logistik und Verkauf, weil es sind Interessenvertreter. Wir müssen aufpassen, dass wir mit hier Ökologisierung und immer besserer Ökologisierung des Verkehrs, des Transportes nicht zum Steigbügelhalter argumentieren oder steigbügelhaft argumentieren für die Entleerung unserer Vorstädte, für die Entleerung unserer kleinen und Mittelstädte. Das nur als Statement. Das einfach nicht zu vergessen. Ja. Und dann gab es hier noch eine dritte Wortmeldung. Ich wollte auch noch mal ganz kurz noch zu dieser Dichotomie zwischen Schnelligkeit und Bindungsfähigkeit und effizientere Transporte. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist ja im Prinzip auch der Fakt, der Konkurrenzkampf, dass sich die Branche ein bisschen aufschaukelt. Also was liefern wir besser als andere vielleicht? Eine Schnelligkeit ist dann vielleicht eine Sache, die man noch durchsetzen kann. Andere Sachen beim Preis oder so. Gibt es dann vielleicht Grenzen oder sowas? Also da denke ich mal, ist Regulierung tatsächlich vielleicht auch eine Hilfe für die Branche. Es gibt ja durchaus Segmente halt, da geht der Kunde durchaus lange Wartezeiten an. Nehmen Sie mal Möbel beispielsweise halt. Wie lange warten Sie auf eine Couch? Sechs Wochen oder acht Wochen oder sonst was? Das wird massenweise akzeptiert halt. Da schreibt uns einfach mal die Produktionsmethode der Möbelhersteller vor, dass wir acht Wochen auf eine Couch warten halt. Und da gibt es überhaupt keine Probleme oder zumindest habe ich da noch keine Volksaufstände gehört, weil so lange geliefert wurde halt. Auch Wein halt, der muss auch nicht am nächsten Tag kommen, wenn er aus Italien kommt oder sonst wo halt. Also da bin ich nicht ganz sicher. Und ich denke, ein Punkt ist vielleicht, ich kenne keine Untersuchung, aber ein Punkt ist vielleicht sogar noch wichtiger als Schnelligkeit und zwar die Voraussage des Zeitpunkts der Lieferung, der Lieferzeitfenster halt. Lieber warte ich zwei Tage, weil es aber, das kommt dann irgendwie zwischen 18 und 20 Uhr halt, als dass es irgendwie am nächsten Tag sofort da ist, aber irgendwann am Tag, wo ich nicht da bin halt. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, das eine war mir ein Statement, aber ich glaube auch, wir haben jetzt hier in der Runde, das kann man nicht planen, wir haben es ja schon erwähnt, aber auch gerade diese sozialen Aspekte von, wenn man soziale Aspekte von Einkaufen oder der Aufenthaltsort Stadt, auch als Raum der Begegnung, wo halt Einkaufen auch dazu kommt, das kam sicherlich hier zu kurz und auch grundsätzlich genau die Frage, was das auch mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Aber jetzt nochmal zu der Frage, Erfahrungen mit Wartezeiten, Retouren, gibt es die, dass man sagt, wer länger wartet, der überlegt sich es und schickt es dann doch eher wieder gleich zurück oder gibt es keine Erfahrung oder gibt es irgendwelche Anhaltspunkte in die Richtung? Also mir als Logistiker sind da keine Anhaltspunkte bekannt. Also gut, ich kann es mir vorstellen, also ich würde mir selber, wenn ich mir nicht sicher bin, kaufe ich es jetzt, ich bestelle es und nach fünf Tagen brauche ich es wirklich. Ich kann es, also es ist denkbar, aber mir ist nichts Offizielles bekannt. Und die Rückgaberecht sind ja die gleiche. Nach Erhalt der Ware kann ich, egal ob ich jetzt... Sie haben ja das gesetzliche Rückgaberecht, das Rückgaberecht von zwei Wochen ohne Bekanntgabe von irgendwelchen Gründen. Da mag es eine Korrelation geben, aber wie die aussieht, haben wir noch eine Hausaufgabe, Herr Motschei. Ja und sonst vielleicht, ich meine das Thema jetzt, also praktisch, ob sich da eine Branche auch schaukelt, ob da Standards geschaffen werden, die eigentlich, wo man sagt, einer reitet, ist der Vorreiter und dann denken alle, das muss so sein. Ich meine, wir kennen es aus der Automobilbranche, alle sagen, alle wollen mehr Komfort, nächstes Mal muss wieder mehr Leistung drauf oder die SUVs, das ist der Megatrend, wir müssen das anbieten, sonst verlieren wir Marktanteile. Solche Entwicklungen gibt es, man weiß nicht, was ist dran. Ist das ein selbstverstärkender Effekt, dadurch, dass eben die Leute dann auch oder anderen Produzenten mit aufsteigen, aber vielleicht können Sie das mit auch in Ihr Schlussstatement mit einem binden, weil das jetzt doch mehrmals Thema war heute, dass sich da so Eigendynamiken gebildet haben, die eigentlich sowohl Händler als auch vielleicht die Lieferanten gerne durchbrechen wollten. Das heißt, für die Schlussrunde vielleicht nochmal die Frage an den Referenten, wenn wir jetzt nachher auch diskutieren über politische Rahmenbedingungen und die Frage, wie kann man überhaupt den Handel, Einkauf klimafreundlicher gestalten? Was wären aus Ihrer Perspektive Punkte, die man da mitgeben sollte? Ich würde mein Schlussstatement gerne mit Ihrem Beitrag noch einmal verbinden. Sie hatten das angesprochen im Möbelbereich, da ist das sechs bis acht Wochen, da beschwert sich keiner, da macht keiner einen Aufstand, aber da ist es eben auch Standard. Was würde da passieren, wenn jetzt einer sagt, ich kann das aber in drei Wochen, das ist, ja, genau, ja, so. und letztendlich da die Überleitung eigentlich zu dem Punkt, der mir da wichtig ist, wir brauchen im Grunde genommen, und das wurde in dem anderen Workshop auch nochmal angesprochen, letztendlich eine Transformation auch, also eigentlich ein Umdenken auch, also warum muss alles immer schnell und morgen und noch besser sein, sondern es gibt ja auch eine, sag ich mal, in der Entschleunigung gibt es eben Vorteile, aber das muss im Grunde genommen dann auch im Bewusstsein und in der Gesellschaft erstmal so ankommen und ich glaube, wir sind da, da gibt es eine Bewegung in diese Richtung, aber wir sind da sicherlich noch in den Anfängen. Also im Grunde genommen zwei Dinge, ich beziehe mich jetzt auch nochmal auf das Thema Elektromobilität. Zum einen würde ich mir wünschen, dass das, wenn man jetzt mal so drei Wünsche feiert oder zwei, reichen mir dann auch, dass die Automobilhersteller sich verstärkt nochmal in diesem Segment, weil ich glaube auch, das ist ein relativ großes Segment. Also wenn ich mir anschaue, dass wir mittlerweile, oder wie viele große Logistikunternehmen mittlerweile auf dem deutschen Markt unterwegs sind, ich glaube, da ist wirklich Potenzial, dass die Logistik, also dass die Hersteller im Grunde genommen sich wirklich mal ernsthaft Gedanken darüber machen, nicht doch ein Elektrofahrzeug in diesem Bereich Sprinterklasse zu entwickeln. Das ist das eine. Und das andere, was ich mir wünschen würde, als Anreiz, analog der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien, würde ich mir monetäre Förderprogramme wünschen, die es uns leichter machen, diese Technologie dann auch marktfähig in unseren Prozessen zu integrieren. Weil das, was jetzt aus meiner Sicht verabschiedet wurde, was die Bevorzugung von Elektrofahrzeugen in den städtischen Verkehr angeht, das wird nicht der Punkt sein, der dazu führt, dass Elektromobilität den großen Sprung nach vorne macht. So ein ganz knappes Statement. Also ich fand, würde heute mitnehmen auch, für mich war sehr interessant, einfach diese Aspekte, Verbrauchverhalten, die Relevanz, Warten für das Klima, wie da die Anforderungen eben von Kunden und auch Händler oder wir voneinander abweichen und wie wir in Zukunft eben dazu kommen können, die aneinander anzugleichen, was heute nicht so ein bisschen im Fokus stand von der Diskussion, was ich aber auch für wichtig erachte und vielleicht noch jetzt die Möglichkeit nutzen möchte, das anzubringen, ist die Frage, wenn alles immer einfacher wird und immer schneller zu bekommen, beim Online-Shopping ist die Frage, bestelle ich dann eigentlich auch mehr, also habe ich ein Mehr an Konsum, den ich vielleicht sonst nicht hätte, wo auch wieder, so Rebound-Effekte so auftreten, und das müsste man vielleicht zukünftig auch nochmal ein bisschen in genauer Untersuchung. Ja, damit würden wir den Workshop schließen. Vielen Dank für die Beteiligung und auch für die rege Diskussion. Ich glaube, ich und hoffentlich auch Sie haben viel gelernt aus den verschiedenen Perspektiven. Ich wünsche Ihnen jetzt eine stärkende Mittags- oder Kaffeepause vielmehr. Und dann geht es weiter um 16 Uhr, 15.30 Uhr mit der Zusammenfassung aus den Workshops und dann 16 Uhr die Podiumsdiskussion. Das alles findet dann wieder im Großen Saal statt. Vielen Dank. Vielen Dank.